So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute geht es los mit dem nächsten Event. Wir werden über das nächste Event sprechen. Gleich aber dazu auf jeden Fall mehr. Kurz vorweg muss ich mich kurz bedanken. Das Video mit KC, also gerade wo ich das Video aufnehme, mit 1400 Likes. Und wir steuern schon auf die 1500 zu. Kann sein, wenn ich das Video schneide, in 1-2 Stunden, dass wir die 1500 Likes schon geknackt haben. Wirklich danke für euren Support. Klar, ich weiß, es liegt auch an KC für seinen Support. Wir haben 300 neue Abonnenten seit gestern gemacht. Ich danke nochmal hier KC, der ganzen KC-Army und auch meine Community, dass ihr das Video so gut aufgenommen habt. Und dass ihr mich so supportet in den letzten Wochen. Bevor wir aber jetzt mit irgendwas anfangen, Jungs, würde ich sagen... Gehen wir jetzt erstmal in meine Elite 3 Rewards rein. Wir machen es schnell und danach sehen wir uns wieder und reden über das neue Event. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid und lasst ein Like da. Ich gebe euch mal die 450 Likes mit, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, ab dafür. Let's go. Okay, Jungs, Elite 3 Rewards. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Wir werden es uns heute wieder angucken. Ihr wisst ja, in den letzten Wochen die aktiven Leute, weil es kamen ja, wie gesagt, sehr, sehr viele neue Abonnenten durch. Das Video mit KC dazu. Viele Leute, die schon länger am Start sind, wissen, dass ich Elite eigentlich nie Lack hatte bis jetzt. So hatte ich allgemein auf jeden Fall Packler, keine Frage, aber wenn es um Elite Rewards ging, ja, war es auch immer nur okay, sag ich mal. Außer einmal bis auf die Icon, aber die hatten wir ja in Gold 1 gezogen. Wen ich gerne haben würde, wäre gerne vielleicht Bruno Fernandes, Lever, ja, oder Aubameyang. Und hier nehmen wir ja wie immer die Untradable Packs. Vielleicht kommt heute wieder eine Icon da raus oder eine Shapeshifter Karte. Letzte Woche wurden wir ja komplett enttäuscht. Da haben wir ja aus den ganzen Packs hier nur eine Leinwand gezogen aus den Untrade Packs. Heute erwarte ich aus diesen 4 Packs ein Walkout. Komm, pusht euch die, ey. Ein Walkout ist doch möglich. Fahr rein. Ja, okay, wir fahren rein. Okay, ich dachte, wir fahren nicht rein, aber wir sind noch reingefahren. Italien. ZM. Ist okay, 83er nehmen wir mit. Kann man nie genug von haben. Ich habe wirklich meinen Verein komplett voll mit 83er. Und mir fehlt noch eine 89er SBC, dann habe ich die Hazard SBC fertig, Jungs. Aber ganz kurz vorweg, ich muss mir wieder ein neues Trikot holen, weil viele haben mir gesagt, das türkische Fenerbahce Trikot muss wieder drauf. Da wir mit das Trikot Benjeda und die Icon gezogen haben, die Prime Icon, wer sich erinnert. Deswegen tun wir kurz wieder das Fener Trikot drauf. Auch wenn ich eigentlich Napoli Fan bin, ich gönne euch, Jungs. Ich gönne euch. Ja, und damit wir keinen Beef haben, Jungs, in der Community unter meinen türkischen Fans, Gala Trikot kommt auch noch rein. Komm, als Auswärtstrick. Und wer jetzt kein Gala- oder Fener-Fan ist, tut mir leid, kann ich auch nichts machen. Ich kann mir auch keine drei Trikots anziehen. Wir gehen rein ins nächste 25k-Pack. Ich weiß nicht, warum die türkische, oder das türkische Trikot hat letztes Mal gegönnt. Wir fahren wieder rein. Ah, es wäre cool gewesen, jetzt direkt mit einem Warcode reinzustarten. Aber wir hatten zwei 25k-Packs, zweimal Warcodes, zweimal 83er. Schade, so ein 85er hätte auch gut getan. Und dann gehen wir rein ins 50k-Pack. Wir machen ein, ich ziehe das Pack und trinke gechillt Wasser. Komm. EA. Was ist denn mit euch heute los? 50k-Pack. Untrade. Kann doch nicht sein, das ist ja wirklich Schrott. Kommt alles in den Verein. Können wir ja sowieso nichts mit anfangen. Dann gehen wir ins nächste 50k-Pack rein. Nein, ja doch, die Nase. Gönn jetzt EA. Jetzt erwarte ich einen Warcode, sonst wirklich, Jungs, nächste Woche keine Untrade-Packs mehr. Geh rein. Fahr rein. 20 Euro insgesamt. Zweimal 82er. Oh, hab ich Hass auf dieses Unternehmen. Das kann ich, kann ich euch einfach nicht erklären. Ich hab so einen Hass mittlerweile auf dieses Unternehmen, Jungs. Na ja, wir gehen rein in die Food Champion Rewards. Ich seh schon, komm Jungs, das wird heute nichts. Elite 3 Rewards, komm, ja, ja, nehmen wir mit. Immer mit der goldenen Mitte. Let's go. Auber, du kannst gerne jetzt auch schon vorbeikommen. Okay. Oh, was nehmen wir denn hier? Ich werde sowieso nichts spielen. Dann nehme ich einfach mal High-Ratest des Spielers mit, Jungs. Und das wäre dann, ja, Fernando. Scheiß drauf. Ich werde den Kunko zum Beispiel auch niemals spielen. Und jetzt kommt Auber vorbei. Er hat's mir versprochen. Komm, Auber, push dich. Sonst hab ich Beef mit Auber. Wir haben Beef, Auber. Ich sag's hier, wie es ist. Wir haben Beef. Naja, immerhin 87er Konarov. Kann man natürlich auch nicht spielen. Hätte er eine ZDM-Karte zum Beispiel, wäre diese Karte sogar spielbar. Aber naja, 87er Rating kann man für die Hazard SBC gebrauchen. Und dann kommen wir schon zum letzten Pick. Wir machen ein R3-Pack, Jungs. Wir werden nicht weiß, was es ist. Lernt es jetzt. Wir schauen nicht hin. Ihr schaut nicht hin. Wir lassen das Pack öffnen. Das Pack sollte jetzt geöffnet sein. Wir drücken R3. Und jetzt schauen wir hin und sehen, ja, ein Spieler. Jetzt gehen wir einen weiter. Sehen den nächsten Müllspieler. Jetzt gehen wir noch einen weiter. Sehen den nächsten Müllspieler. Jetzt gehen wir noch einen weiter. Sehen den nächsten Müllspieler. Jetzt gehen wir noch einen weiter. Wofür spielt man bis Elite, Jungs? Ich weiß es nicht. Ich würde es euch so gerne sagen. Ich weiß es aber selber nicht. Das ist meine Ausbeute aus Elite 3. Schickt mir eure Bilder mit. Aoba Leber oder Bruno Fernandes in Silber. Macht es ruhig, Jungs. Dann haben wir jetzt noch ein 100k-Set und ein TDW-Set. Ja, ich sage kein Warcode. Wir schauen wieder nicht hin, Jungs. Wir schauen wieder nicht hin. Und ich sage, ich schaue hin in 3, 2, 1. Let's go. Frankreich, er fäh. Genieß die Scheiße, Jungs. Genieß die Scheiße. Elite 3. Ich habe wirklich geschwitzt für Elite 3, muss ich sagen. Komm, öffne dich, Bruder. Gönn kein Warcode. Ich sehe schon, komm. Oh, Warcode. Koller drauf. Warum wird der überhaupt als Warcode mitgezählt? Der kostet doch 10.000 Coins, Alter. Bruder, was waren das für Rewards. Bruder, was waren das für Rewards. Jungs, glaubt mir. Für die Leute, die jede Woche probieren, bis Elite zu kommen. Lohnt nicht, wirklich. Das ist nicht das erste Mal. Das ist bestimmt schon das zehnte Mal in diesem FIFA so. Lohnt nicht, wirklich. No joke, lohnt sich nicht. Und das sage ich nicht gerade aus Wut oder so, weil die Coins kann ich mir auch auch traden, die ich gerne hätte aus den Packs. Aber klar, was zu ziehen, ist halt immer ein geiles Gefühl. Aber ich kann euch einfach sagen, für zu Hause lohnt sich nicht. Ihr müsst nicht auf Krampf, auf Elite schwitzen und so. Ich mache es nur für den Content, dass ich euch wöchentlich irgendwelche geilen Rewards liefern kann. Aber ansonsten, beiseite damit, Jungs. Ja, ja. Scheiß drauf, Jungs. Wir gehen jetzt wieder rein ins Video. Ja, Jungs, ihr habt es gesehen. Also wirklich, es lohnt sich nicht, bis Elite zu spielen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und das sage ich jetzt nicht durch einmal Elite erreichen. Das sage ich jetzt schon durch etliche Male, die ich Elite erreicht habe. Dieses Jahr, irgendwie lohnt es sich nicht. Letztes Jahr, glaube ich, hat man ja noch in seinem Info-Pack mindestens einen 81-Plus-Spieler bekommen. Keine Ahnung, Jungs. Ich weiß es nicht. Schreibt mir eure Meinung zu den Rewards sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich kann euch nur sagen, ich freue mich jetzt schon extrem auf die Team-of-the-Season-Zeit. Weil man da wieder dann die Tot-Spieler in den Player-Picks haben kann und es dann doch interessanter wird. Bevor wir aber starten, wollte ich sagen, Tactics hat dazu gestern auch ein Video gebracht. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Ich verlinke euch das mal auch in der Beschreibung. Wenn ich es vergesse, spammt mich in den Kommentaren voll. Aber ich gebe mein Bestes, Jungs. Dann wird es auch in der Beschreibung verlinkt sein. Checkt das auf jeden Fall ab. Er geht, glaube ich, nochmal genauer auf das Ganze ein. Und er geht auch auf ein paar andere Sachen ein. Ich habe mir auch nochmal ein paar andere kleine Themen gesucht. Damit ihr in den nächsten Wochen keinen Verlust macht, habe ich mir nochmal Spiele rausgesucht. Zeige euch hier im Hintergrund jetzt gleich die Grafen. Und zwar geht es um das Food Player Days Event. Erstmal dachte ich mir, okay, ich bringe dazu doch kein Video. Und dann kam gestern noch Tactics Video. Gefühlt die Nachrichten, ja, in Minuten rein bei mir. Was hältst du von Tactics Video? Was sagst du zu den Player Days? Dann dachte ich mir, okay, komm, bringe ich auch mal dazu was. Und sage dazu meine Meinung. Okay, und zwar haben wir das neue Event. Ich habe es jetzt mal hier so in den Ordner getan. Da können wir immer so auf Sachen dran zoomen. Finde ich ganz cool. Und zwar fangen wir an mit das Food Player Days Event 2 für 1 und Münzenrabatt Packs. Während der Food Player Days feiern zwei ganz spezielle Packs ihr Comeback. 2 für 1 Packs enthalten ein Zusatzpack des selben Typs. Und Münzrabatt Packs bieten zu 50% Rabatt auf den regulären Münzpreis. Ganz einfach, Jungs. Die Bedeutung muss ich euch, glaube ich, hier nicht erklären. 200k Packs zum Preis von 1 zum Beispiel. Das bedeutet es. Und dass vielleicht die Packs nur die Hälfte der Coins kosten. Zum Beispiel ein 50k Pack kostet nur 25.000 Coins. Ein 100k Pack nur 50.000 Coins und so weiter und so fort. So viel auf jeden Fall zu diesen 2 für 1 und Münzrabatt Packs. Das müsstet ihr alle noch kennen. Wenn es kommen würde, würde ich es sehr, sehr feiern. Kurz vorweg, wann kam das Event das letzte Jahr? Am 1. März. Dieses Jahr kann es halt nicht der 1. März sein. Weil alleine der 1. März ein Sonntag ist. Das Shapeshifter-Team ein Team 2 bekommt ab Freitag 19 Uhr. Also sprich ab morgen. Da ist die Frage, ist dieses Team auch wieder für eine Woche drin? Das wäre dann von morgen bis zum 6. März drin. Und danach könnte erst Foodplayer Days kommen. Oder ist es halt nur bis Montag drin, das neue Team? Das haben sie ja auch öfters mal gemacht mit einem Team 2. Dann wäre es bis Montag drin. Und dann könnte schon nächste Woche am 6. das Event kommen. Ansonsten sehe ich das Event mit großer Wahrscheinlichkeit nach dem Shapeshifter-Event. Also es ist möglich, wenn der Shapeshifter-Event nochmal eine Woche geht, dann erst ab dem 6. Februar, Jungs. Also, dass ihr da hingegen Bescheid wisst. Weiter geht es mit Teilnahme-Bonus. Je öfter du FIFA 19 gespielt hast, das war halt vom letzten Jahr noch, desto besser ist dein Bonus. 1-8 Tage kriegst du nur ein Trikot. 9-52 Tage ein 15k-Pack mit einem Trikot. 53-107 gibt es ein 45k-Pack mit einem Trikot. 108-144 gibt es ein 55k-Pack. Und einen Tag mehr, wenn ihr 144 Tage drin wart, dann rip in den Chat, Jungs. Und ansonsten 145 Tage plus, was ich auch eher erreichen werde. Reetflex an der Stelle. Aber da war, glaube ich, fast wirklich jeden Tag in FIFA drin. Ja, Jungs, alles für die Videos natürlich. Hier haben wir die ausgehend am Start. Auf jeden Fall bekommt man dann ein 125k-Pack, wenn man 145 Tage mindestens seit FIFA Release angemeldet war. Oder halt in FIFA reingegangen ist, FIFA 19 damals noch. Gab es ein 125k-Pack, würde auch sehr, sehr nice sein, aber wäre halt auch untradeable. Aber immerhin, immerhin gibt es da mal Free-Packs. Dieses Jahr gibt es ja wirklich nur Free-Packs im Sinne von Season-Aufgaben, oder? Täusche ich mich. Ich glaube, ansonsten gibt es jetzt noch keine Free-Packs. Gibt es bis jetzt nur für die Season-Aufgaben. Haben sie halt anders gelöst. Kann man nichts machen. Aber was ist dann noch geschehen? Es gab das hier, dann gab es das hier. Und natürlich, wenn man, wenn es das hier gibt, Jungs, wir können mal kurz dran zoomen. Zwei Packs für eins und so weiter. Dann muss es ja auch Special-Karten geben, weil die Gold-Karten zu der Zeit vom März kosten ja so gut wie nichts mehr. Und dann gab es diese Packs hier. Wir zeigen euch sie mal. Hier haben wir dann die ganzen Special-Karten, die es zu dem Event Foodplayer Days gab. Wie kommen diese ganzen Special-Karten zusammen? Ganz einfach, seit FIFA 19 Release, ich gehe jetzt vom letzten Jahr aus, dass ihr das Event versteht, gab es ja jede Woche ein neues Team of the Week, wie in diesem Jahr auch jede Woche ein neues Team of the Week. Und dann gab es mal Man-of-the-Match-Karten, dann gab es das Champions-League-Event, dieses Jahr das Future Stars-Event, das Shapeshifter-Event. Und davon die besten 18 Spieler, sage ich mal, hat EA sich rausgesucht. Und also, ob es jetzt wirklich die besten 18 sind, kann man sich streiten, ob dann ein Modric unbedingt dazugehört oder ein Koulibaly oder sonst wer oder ein Jodi Alba-Raketic. Aber nun gut, das waren auf jeden Fall letztes Jahr die Spieler, die dann reinkamen. Und auch dieses Jahr, wenn das Event kommen sollte, Jungs, das ist hier nur eine, wie sagt man das, Theorie? Nein, Prediction? Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall nichts Bestätigtes, aber letztes Jahr kam das Event. Deswegen gehen wir davon aus, dass es dieses Jahr wiederkommt. Und warum ich mir auch da ziemlich sicher bin, werde ich euch gleich auch nochmal erklären. Und zwar haben wir das Event gehabt und dann habe ich mir mal die Preise von diesen Spielern angeguckt, die dann plötzlich, weil letztes Jahr kam es sehr überraschend, das Event, plötzlich in den Packs waren, was dann mit diesen Spielern geschehen ist. Und dann können wir sehen, ein Neymar-Team-of-the-Group-Stage ist von 2,4 Millionen, wo er plötzlich rauskam, also so viel war er wert, einen Tag vorm Event, 2,4 Millionen, sein ganz normaler Preis gewesen. Am 28., ich habe es euch hier rot markiert, ist der einfach mal auf 2,1 gesunken und das vier Tage später an dem Montag. Freitag kam das Event, da war Neymar noch 2,4 wert und war runter auf 2,1, also 300k gedroppt. Innerhalb drei Tagen, weil das Event kam, auf einmal war Neymar wieder zu ziehen und ja, dann droppt er halt natürlich, Jungs. Also passt auf hier nochmal, dass er auch keinen Verlust macht. Passt auf, wenn ihr wirklich heftige Special-Karten an euer Verein habt und dazu gehören nicht die Team-of-the-Year-Karten, weil die werden nicht da drin sein, ganz wichtig. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Messi-Inform, Ronaldo-Inform habt, ich will nicht sagen, verkauft sie jetzt nächste Woche. Aber ich will nur sagen, die Chance ist da, die Gefahr ist da, dass EA auf einmal so ein Event nochmal bringt und eure Spieler extrem droppen. Deswegen wollte ich euch hier aufmerksam machen, dass ihr aufpassen müsst, Jungs. Sonst könnt ihr gut Verlust machen. Dann haben wir hier nochmal einen Vergleich mit einem etwas günstigeren Spieler, Kulibali, der auch, ja, zu ziehen war als Team-of-the-Group-Stage-Karte und auch, ob er gedroppt ist. Und hier können wir sehen, er ist von 190.000 an dem Freitag komplett runter. Ich zoome mal noch mehr dran. Hier sehen wir es komplett runter auf 125.000 gedroppt. Also knapp, oder er ist 70.000 Coins gedroppt, ein Kulibali. Und da will ich auch sagen, eure Karten, Special-Karten, wenn sie dann da drin sind und ihr sie im Verein habt, in euer Main-Team habt, können sie droppen. Wenn ihr derzeit vielleicht keine Weekend League spielt, ich will nicht sagen, verkauft die jetzt in der Panik, weil das Event steht ja noch nicht vor der Tür. Wir haben jetzt noch wahrscheinlich eine Woche das Shapeshifter Team 2 in den Packs und danach ist erst die Chance da, dass es kommen kann. Aber ich will euch halt nur aufmerksam machen, dass ihr aufpassen müsst, weil wenn ihr einen Spieler habt und wie gesagt, er dann in dem Team ist, könnt ihr Verlust machen. Und ja, es ist viel Verlust. 70.000 Coins sind schon viel. Für eine Karte, die nur, ich sag mal, nur 190.000 gekostet hat, ist einfach mal 70k gedroppt. Und dann kommen wir nochmal zu der Icon-SPC. Da wird doch irgendwas im Titel sein und ein lustiges Thumbnail sollte da auch entstehen. Mit einem Fernrohr oder so habe ich mir irgendeine coole Idee ausgesucht. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Thumbnail fandet oder wie ihr Idee findet. Und dann kommen wir zu der Icon-SPC. Da habe ich euch auch nochmal ein Screenshot rausgesucht. Hier hatten wir es im letzten Jahr, die mit Icon-SPC, weil ich glaube, es ist wirklich so, also wirklich die mit Abstand größte Frage, die ich bekomme, plus Flipping-Fragen bekomme ich auch sehr oft. Das ist wirklich heftig, weil wir warten alle auf sie, auch ich warte auf sie. Letztes Jahr kann ich euch sagen, ich habe es eben nachgeschaut bei Foodhead, kamen sie am 27. oder 28. März. Lasst mich nicht lügen. Einen von den beiden Tagen. Und wenn das Foodplayer-Days-Event vorher kommt, deswegen wollte ich es euch auch nochmal im Hintergrund zeigen, wenn das Foodplayer-Days-Event kommt, EA macht diese 2-4-1-Münz-Packs. Die Leute ziehen Coins mit Münzen. Die Leute verlieren dadurch viele Münzen. Es werden SBCs kommen und EA nimmt das Event einfach nur, das ist halt eine perfekte Marketing-Strategie von EA, nimmt diese Events rein, wie zum Beispiel 2-4-1-Packs oder wie gesagt, 100k-Pack kostet auf einmal 50.000 Coins, 50k-Pack kostet 25.000 Coins. KC hat es im letzten Jahr auch gemacht, ich weiß noch, hat glaube ich eine Mio verzogen oder so, ich erinnere mich noch an das Video. Ich hatte auch damals 500k knapp verzogen zum Event und das ist einfach EA's Taktik. Und dann, wenn das Event vorbei ist, hauen sie zum Beispiel eine mit Icon-SPC raus. Die Leute fehlen die Coins für die SBC und müssen ja aufladen, wenn sie halt nicht traden. Das ist dann einfach die perfekte Marketing-Strategie, sage ich mal, die EA einfach immer wieder anwendet. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass auf jeden Fall, wenn nicht das Food Player Days Event wird, dass ein Event kommt, was uns viele Coins nehmen wird und dann hauen sie vielleicht sowas raus, wie eine mit Icon-SPC oder eine Team of the Week-SPC, aber eher halt eine mit Icon-SPC, weil man dafür halt schon viele Coins braucht. Und dann hat man die Coins nicht mehr und ja, die Leute sind gezwungen aufzuladen, wenn sie halt nicht traden, wie schon gesagt, wenn sie unbedingt eine mit Icon-SPC abschließen wollen. Das war nochmal die Anforderungen vom letzten Jahr, 84er, 85er und 86er Team. Aber ich will euch nicht mehr aufhalten, Jungs. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin raus. Ja, gönnt euch die Euroleague oder so. Dann sehen wir uns auf Instagram oder morgen auf YouTube wieder. Haut da rein bis morgen und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.